Alles klar. Alles klar. Okay. Okay. Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir mal wieder eine Runde Minigames. Und ich habe bei euch wieder was Cooles gefunden. Langsam gefällt mir der Jerry und Harry selber richtig krass. Denn es gibt mal wieder was richtig Cooles. Und zwar nicht Agario und Minecraft, sondern Agar-Pvp heißt das. Ist natürlich vom Spiel Agario gedingst. Ihr wisst Bescheid, ich fange einfach mal an. Und fällt hier nach unten, hat ein Schwert und ein, ja, so ein, ihr wisst Bescheid. Alles klar. Also, das ist so ein Healer, Heal-Ding. Das hier sind halt sozusagen das Essen, was du bekommen kannst. Die XP sind sozusagen dargestellt. Ihr könnt jetzt sehen, zack, jetzt werde ich größer. Größer in Anführungszeichen. Also, ich kann halt mehr aushalten gegen andere Spieler. Und es sind ein paar andere Spieler, die sind zwar da. Und ihr seht an der Seite, ui, da hat schon jemand, okay. Das ist, glaube ich, der Größte. Ja, und ihr seht, ihr seht, der kriegt mich in einem, in einem Happen. Auf jeden Fall nochmal ein krasses Dank an euch. Wir haben die 100 Likes in drei Stunden geschafft. What the fuck, Alter. Hier habe ich mich übertrieben krass gefreut. War auch ein sehr krasser Aufwand. Freut mich, dass es immer noch so wertgeschätzt wird von euch. Und, ja, wird auf jeden Fall weiteres folgen. Ihr könnt immer noch die Videos einsenden. Ich habe viele Videos, äh, ganz viele bekommen. Von wegen, äh, wir haben, ich wollte jetzt noch ein Video machen. Wieso bin ich, komme ich jetzt nicht mehr rein. Äh, ich werde nochmal ein extra Video dazu machen. Äh, weil ich wollte, das Video war schon fertig geschnitten. Und ich wollte euch jetzt auch nicht länger auf die Folter spannen. Weil ich, äh, also ich habe halt nachher gar keine Zeit mehr, das hochzuladen. Weil ich bin einfach im Moment so gehypt auf Eishalle und, äh, und. Also, es ist einfach, ähm, so. Ich werde auch wahrscheinlich einen Eishallen-Vlog machen. Also, Alter, die Leute sind zu stark. Mann. Komm, ich muss ihn jetzt kriegen, Alter. Bisschen Skills. Der hat einfach zu viele Leben, Mann. Der hat einfach zu viele Leben. Man kriegt die nicht. Ja, und er hat einfach auch schon wieder 20 Millionen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt eine ganz gediegene Taktik an. Wir gehen jetzt einfach mal, darauf, wenn es hier so... Ja, snacken uns hier das Hühnchen. Da das Hühnchen. Ah, nein. Der hat nur 10. Okay, zack. Äh, wer sich wundert, warum ich nur 10 Hunger leisten habe? Das ist ganz normal. So ist wahrscheinlich irgendwie das Plugin... Nee, der hat 110. Oh mein Gott, nein. Oder? Ja, nee, der hat 12. Hä? Warum renne ich vor dem weg? Ja, weil da einer mit 63 noch ist. Ey, Mann, hier sind ja auch Abstaubel. Das ist ja richtig mies. Ah, ich bin ja noch recht schnell. Das ist es halt. Aber der ist halt auch nicht langsam. Mann, jetzt muss ich schon wieder von vorne anfangen. Alles klar. Das ist echt schwieriger als dieses normale Agaio. Äh, da bin ich... Äh, da bin ich eigentlich recht gut drin. Aber, oi, Alter. Das geht ja fast gar nicht, Mann. Okay, ich werde jetzt einfach so ein bisschen farmen. Aber es ist auch fast unmöglich. Äh, wie wäre es, wenn wir einfach mal so laufen? Äh, und ich werde so lange weitermachen, wie ich kann. Und, äh, das ist einfach so. Weil ich einfach richtig Bock daran habe. Und ich glaube... Also, mein Leben würde auf jeden Fall komplett anders aussehen ohne YouTube. Äh, das ist auf jeden Fall ganz klar. Ich wahrscheinlich... Also, es ist einfach so, wenn man schlecht gelaunt ist oder so. Ich gucke mir einfach immer richtig gerne YouTube-Kommentare an. Weil es einfach einem richtig Motivation wieder gibt. Und deswegen, äh, muss ich mich eigentlich auch bei euch ziemlich viel bedanken. Und, ja. Alles klar. Alles klar. Okay. Okay. Nein. Warte, wie viel hat der? Zwölf. Okay, den kriegen wir, Leute. Das wird jetzt unser erster Win. Ah, du kleiner. Mh. Mh. Ja. Woo. Nice. Okay, da ist jemand scheiße. Okay, aber wir haben jetzt jemanden bekommen. Und da ist er noch. Okay. Okay, 113. Nein. Warum sind die alle so groß? Alter, 19.000. 21. Den kriegen wir. Und ich gehe zum Angriff. Fick dich. Warum? Das ist geil, wenn man die Tiere one-hitten würde. Sorry, aber. Das wäre noch eine... Alter, wie viele Tiere sind hier? Ich brauche jetzt wieder... Wo ist der Spieler? Nein, das ist der mit 19.000. Ja, da habe ich easy eine Chance gegen. Hätte ich gar keinen Bock drauf. Ohne Witz. Ich glaube, ich kann fly. 20. Okay, Leute. Den verfolgen wir jetzt. Oh, nein. Aber ich bin schneller als du. Oder? Oh, ich mache lieber das, Alter. Ich habe richtig Schiss gerade. Oh mein Gott, nein. Alter, nein. Sackgasse. Nein! Was mache ich? Oh mein Gott. Warte mal, du hast nur sieben Leben. Ich habe auf jeden Fall viel mehr als die. Aber die sind halt auch 20 mal schneller. Ja, komm her. Komm, komm her. Alter, was ist mit dem? What the fuck? Alter, was war das? Weißt du was? Ist egal. Ich kann mich jetzt den an. Nee. Ist mir scheißegal. Ich töte den jetzt. Nee, ist mir egal. Nee, nee. Du stirbst jetzt. Ja. Alter, der ist wirklich fast tot. Fuck you. Okay, nee. Der heilt sich auch so schnell. Das bringt, glaube ich, gar nichts. Das bringt überhaupt nichts. Leute, endlich ein ganz cooler Spielmodus. Ein paar Sachen will ich noch ändern. Wir waren ja vierter Mal, ne? Vierter. Ihr wisst Bescheid. Alles klar. Okay, wir sehen uns morgen am Freitag mit dem Survival Games Video. Haut rein. Ich habe keine Ab... Du Abstauber! Ich habe keine Ab... Ich habe keine Ab... Ich habe keine Ab...